Mein Name ist Johann Altenthaler. Ich bin für CELUM Deutschland als Enterprise Account Manager vom Standort aus Essen tätig als Ansprechpartner für alle Kunden und alle Partner in Deutschland. CELUM ist ein Softwarehersteller, der sich auf das Thema Enterprise Digital Asset Management fokussiert hat und nach seiner Gründung 1999 in Linz mittlerweile weltweit agiert und tätig ist. Unser Ziel ist es, die Kommunikations-, Marketing- und Vertriebsprozesse in den Unternehmen zu beschleunigen, zu optimieren. Und dazu liefern wir Ihnen die passende Software, nämlich ImageIn, die Plattform für Medienbild- und Dokumentenmanagement, und auch Themen wie Web-to-Print, Brandmanagement und Corporate Video sind Themen, die wir adressieren. Rund 500 Kunden weltweit setzen Produkte von CELUM ein, über fünf Kontinente und vielleicht ein paar Namen für Sie auch. Das sind Namen wie L'Oreal, wie Zeiss, wie Swarovski, wie Hochtief, wie Klaas, Goodyear, Magna Steirer und viele andere auch, die sprechen für sich. Vielleicht ein kleiner Hinweis, unser Produkt können Sie nicht nur kaufen, sondern auch mieten, leasen. Das heißt, also ImageIn ist sozusagen SARS-ASB-fähig, also wir schweben auch in der Wolke mit im Cloud. Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Medien und digitalen Inhalte behalten wollen, wenn Sie Zeit sparen wollen, wenn Sie Geld sparen wollen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle, dann sprechen Sie uns einfach an. Klicken Sie einfach auf www.celum.com. Herzlichen Dank.